Willkommen, heute habe ich ein besonderes Schnäppchen für Sie und zwar eine Garnitur von Willi Schillig namens Soe, ein Kundenstorno. Der Kunde hat sich die Gruppe bestellt, aber vor Auslieferung hat er sie storniert, warum auch immer. Nun eine formschöne Kombination in einem sehr robusten Stoff mit Hocker, den wir extra anbieten, in der Kombination Zweier mit Armlehne rechts, Moment, links, wenn man davor steht und großes Longchair, überbreites Longchair für zwei. Was kann die Garnitur? Nun, Sie können bei dieser Garnitur soft sitzen, das ist aber nicht alles. Sie können bei dieser Garnitur auch lümmeln, Sie sehen hier, hier ist der Rücken verstellbar, einfach hochstellen. Und damit habe ich dann eine Top-Lümmeltiefe, stelle ich das Kissen noch etwas schräg, noch besser. Auch dieses Teil kann man hochstellen, jetzt sehen Sie mich gleich nicht mehr. Und dann nehme ich das Kissen so rüber und dann kann ich zum Beispiel auch so chillen. Guck, guck, so rum, falsch rum chillen. Und zu guter Letzt, schön wieder umbauen, Lutz, zu guter Letzt, auch dieses Teil ist umbaubar, damit jeder in der Familie Platz zum Rümmeln hat. Achtung, das ist der neue Willi Schillig Sitzkomfort, weicher, softer, mit Purfüllmatte obendrauf. Unten schon fest, aber oben softer, mit Federkern im Sitz und mit eben dieser Purfüllmatte. Beachten Sie auch hier diesen feinen Eichelsockel und die grazilen Füße, die die Gruppe noch leichter wirken lassen. Der Preis ist heiß. Dieses Stück wird nicht lange da sein. Wenn Sie Interesse daran haben, Zoe kann bald bei Ihnen stehen. In 14 Tagen geliefert oder schon morgen abgeholt. Zoe, ein Schnäppchen für Sie. Würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.